so damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück bei spaß mit flacken nein spaß mit flammen natürlich einfach weitergehen also sehr schön sehr gut ich glaube jetzt haben wir es scheint mir jetzt zumindest wahrscheinlich doch wieder nicht sind freaks hier ok jetzt haben wir es entscheidend geschafft sehr schön waren ja auch nicht unnötig viele gegner ich sehe jede menge tote anscheinend würden sie kiste ja super also jede menge tote 500.000 menschen haben überlebt fünf milliarden menschen sind auf dem neuen planeten gestorben ist halt schon so ein bisschen das alleine hier halt schon das sind so leichen berge aus menschen dass man die überall hat das ist halt so mega übertrieben ist einfach so so hirnrissig so unsinnig was was wieso warum also ja ja ich bin am solator ich geh ran also was siehst du da drin wir fliegen überall irgendwelche elektro das heißt dass du nah dran bist dieser veränderte ist ein verschissener elektrofreak hab ich das nie erwähnt du meinst der knipst riebeeren an der brutzelt eher alles im umkreis von einem meilen weg ich weiß du kannst auf dich selber aufpassen aber dieser hurensohn ist ein sehr spezieller gegner seit kurzem bin ich das auch ja aber ich glaube der ist noch ein bisschen besser so und jetzt geht es dann mal das vergleichen eine hoffnung dass wir jetzt irgendwas gefunden haben ok das besser wir vergleichen ja oh na dann das ist ja eindeutig so sie ist besser ja sehr schön schrotflinte gucken wäre nur das besser was ist das eigentlich hier gewesen doppelläufige waffe was für eine doppelläufige waffe das ist einfach ein doppelläufiges mg ok hm ist jetzt die sache ist der schaden schon für doppeltes feuer so angegeben oder heißt es dann das macht diesen schaden mal zwei gute frage ne naja ich glaube das ist schon der schaden also bleibe ich bei den waffen die ich jetzt habe aber unsere panzerung ist minimal besser von daher ja sollte das passen ich kann jetzt schon sagen dass wir drauf gehen werden na zumindest haben wir schon mal einen turm eingenommen sehr schön also ich will da jetzt nicht rüberspringen aber ich muss ja toll klar mach es doch einfach kaputt warum auch nicht du siehst ja hässlich aus ähm jetzt elektro oder telekinese es sieht mir eher nach telekinese aus aber ist in ordnung nennen wir es elektro geben wir dem einfach mal andere Namen Knochengewehr hat er auch noch ist das schön hier und es ist das schön also ist ein Bis zum nächsten Mal. Oh. Geht eigentlich, ne? Geht eigentlich, ne? Ah, das ist jetzt nicht der Linn. Aha, ich hab dich. So, sammle ich davon jetzt auch den Kopf ein. Strahlender Ritter. Ach, er hieß auch noch Gauss. Oh nein. Warum nur? Hm. 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 Sie warten dich um Hilfe. Gegen den Veränderten. Warum hast du dich geweigert? Diese Monstrosität war eine Ablenkung. Menschen sterben wegen ihm. Ohne diesen Nachschub weg kann niemand... Sie alle. Schwache Kreaturen. Die sich gegenseitig abschlachten. Es ist Verschwendung. Botengänge zu machen. Um ihren sinnleeren, endlosen Krieg zu gewinnen. Sieh es doch ein. Du bist nicht mehr wie sie. Und was jetzt? Soll ich vielleicht einen Gott spielen, so wie du? Ich bin kein Spieler. Aber du bist noch viel mehr verändert. Und Outrider, der letzte Outrider. Erfülle deine Mission. Geh hinter die Grenze. Diese Leute brauchen Götter. Nur jemand wie du kann sie in die Zukunft führen. Warum nicht du? Na mit ihm. Moloch. Ich kämpfe einen anderen Krieg. Jenseits dieses Elends. Ich bekämpfe die schlimmsten unserer Art. Dieser eine ist zu stark. Er würde uns vernichten. Also jage ich ihn. Aber das ist nicht dein Kampf. Du musst der Hirte sein. Führe sie hinaus. Aus diesem Blutbad. Outrider. Hm. Shira, das war's. Dein Nachschubweg ist offen. Ich komm zurück. Ha. Ich glaub's nicht. Was du gerade getan hast. Dabei habe ich 100 Männer verloren. Dann bin ich zu früh. Du musst noch einen Krieg gewinnen. Bin ich sicher, ob den Scheißkrieg überhaupt irgendwer gewinnen wird. Aber ich hätte da noch eine wichtigere Aufgabe für dich. Komm in den Bunker. So, da können wir zurückreisen. Das werden wir natürlich gleich tun. Und dann anhören, was Shira so zu erzählen hat. So, da hin. Genau. Hallo. Shira. 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 von He-Man. Seine Zwillingsschwester. Die damals eine Serie hatte. Und jetzt auch wieder eine Serie auf Netflix. Die allerdings super grottig gezeichnet ist. Noch nicht mal ansatzweise in die Richtung von der Titenmelodie geht. Weshalb es sowieso schon total lahm ist. Ja. 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 Waren wir besser früher? Ach, die Ladezeiten, herrlich. Natürlich Ironie, ne? Ist klar. So. Dollar-Zeichen. Dollar-Dollar-Dollar. Los. Hier. Shopping gehen. Und da wieder Mission. Ja. Lebt da noch der kleine Chinese? Mr. Cheng. Mr. Cheng lebt noch. Wenn wir uns immer wieder angucken, wo mir abgeschlachtet wird. Ja. Super, ne? Klasse. So tolle Ideen haben die. Na dann erzähl mal was. Hey, Schwachkopf. Jakob. Shira. Das Signal im Wald. Erinnerst du dich? Ja. Als wär's gestern gewesen. Du hast immer noch die Frequenz, oder? Du meinst diese Frequenz? Scheiße. Hast du auch die Lottozahlen auf dem Arsch tätowiert? Immer noch so misstrauisch? Ich hasse diese, habe ich doch gesagt, Marshell. Das Signal ist noch aktiv, wie ein entferntes Echo. Es ist digital, muss also von einem Ort kommen, an dem es keine Anomalie gibt. Wir konnten die Quelle bisher leider nicht orten, weil wir nie die richtige Frequenz hatten. Bis du aufgetaucht bist. Hör mir gut zu. Du musst diese Zahlen zu. Dr. Abraham Sahidi bringen, einem unserer letzten Wissenschaftler. Blödsinn. Er ist doch schon seit Wochen auf feindlichem Gebiet. Fünf Fraktionen, dass Sahidi tot ist. Das wissen wir nicht. Du, du kommst mir bekannt vor aus der Krankenstation. Du hast mich aufgeweckt. Gibt schon komische Zufälle. Das ist Jane, exzellente Scharfschützin. Hat ihn gerettet und war dabei fast gestorben. Sie bringt dich hin. Warte, She-Ra. Bei unserer Landung war das Signal schon aktiv. Kannst du dir vorstellen, wer oder was es sendet? Tu dir selbst den Gefallen, vergiss die Frage. Was immer da ist, will nicht gefunden werden. Und wer nach dem Scheiß-Signal sucht, überlebt es nicht. Aber eine andere Chance haben wir nicht. Und wenn es jemand überleben kann, dann seid ihr das. She-Ra, ich bitte dich. Jakob. Das ist ein Befehl. Sorry, dass ich dich zurückgelassen habe. Hey, kein Problem. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich auch getan. Toll. Wir können sie nochmal besuchen. Okay. Warum? Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich habe keine Zeit. Du hast mich ein paar Jahre zu lange pennen lassen. Du kannst dir die Zeit nehmen. Wie hat alles angefangen? Wieso kämpft ihr denn? Als die Anomalie schlimmer wurde, hatten wir die Kolonisierung gerade erst begonnen. Mehr als eine halbe Million war noch im Kälteschlaf und wartete darauf, dass wir sie weckten. Aber wir wussten, dass wir nicht alle ernähren konnten. Tja, eine Fraktion wollte einfach den Stecker ziehen und sie im Schlaf sterben lassen, um unsere Ressourcen zu schützen. Die anderen wollten ihnen eine Chance geben. Ich kann mir denken, auf welcher Seite du warst. Tja, ich lag falsch. Wir wollten fair sein und alles rationieren. Aber das führte nur zu Blut vergießen. Eure Feinde. Was wollen sie denn? Was wollen wir denn alle? Genug haben. Gibt es bloß nicht. Genug Nahrung, Wasser, einfach alles. Sie hören nicht auf, bis sie alles haben, was uns gehört. Sie wollen uns vernichten. Darum muss ich sie zuerst vernichten. Was bin ich jetzt? Verändert? Ich will das verstehen. Was möchtest du wissen? Wie viele sind es? Schwächere mit kleinen, seltsamen Mutationen findet man überall. Aber von denen mit echter Macht gibt es nur wenige. Wer noch leider mehr als mir lieb ist. Aber die Soldaten verehren sie als Götter. Die anderen veränderten da draußen. Für wen kämpfen sie? Für wen sie wollen? Oder glaubst du, jemand kontrolliert sie? Die, die mit uns kämpfen, scheint wenigstens einen Grund dafür zu haben. Und einen Rest Menschlichkeit. Aber die anderen sind dämonische, zornige Göttermaschinen des Todes. Da ist nichts Menschliches mehr. Wird mir nicht passieren. Ich hoffe, du hast recht. Ich hoffe, du hast recht. Das ist verrückt. Ich habe gesehen, wie du das Foto gemacht hast vor wenigen Stunden. Das ist schon ewig her. Das Mädchen von damals gibt es nicht mehr. Tja, es hätte nie überleben können. Nimm es. Ich brauch's nicht mehr. Du warst zu lange weg, um zu verstehen, dass wir voll am Arsch sind. Von uns können nicht mehr als 50 oder 60.000 übrig sein. Die andere Seite ist in der Überzahl. Bald haben wir keinen mehr, der kämpfen kann. Der letzte Angriff der Rebellen war eine... Ablenkung. Sie haben direkt unter uns Tunnel gegraben und Sprengsätze gelegt. Sie haben unsere Front hochgejagt. Hab ich bemerkt. Es wurden zahllose Verluste gemeldet. Einer meiner besten Männer, Lieutenant McCain, war da draußen. Aber gerade erreicht uns die Nachricht. Er ist unter Trümmern begraben, aber lebt noch. Ich kann keine Männer mehr entbehren. Du musst ihn da rausholen. Du musst ihn da rausholen. Ist doch das Mindeste. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchdruck was über McCain herausfährt. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchdruck was über McCain herausfährt. Für uns hat sich jetzt irgendwie nichts verändert. Wir haben hier noch was. Was machen wir denn da? Erhöht die Anomaliekraft. Erhöht die maximalen Lebenspunkte. Erhöht den Waffenschaden. Ich bin für Waffenschaden. Ja. Auszeichnungen. Yay. Naja. Gab es da immerhin schon mal etwas. Oh Mann ey. Tja. Kann man hier auch runter? Nee ne. Hier geht gar nichts. Nun denn. Tja. Dann soll es das gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal garantiert wieder. Also in dem Sinne. Bis dahin. Es ist mir ein gewisser Trost zu wissen.